Wir können auch nochmal eins selber schießen, das wäre doch umso besser. Pritt motivieren wir auch einen Jaschvili und natürlich einen Terrazino oder einen Fink eher. So, alles klar, mehr oder weniger. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Zweite Halbzeit, wir können nicht viel Zeit verlieren. Terrazino wieder mit einer guten Chance, vorne im 16er. Legt zurück auf Cristella, aber der vertut sich. Frankfurt scheint ausgeglichen zu haben. Das ist natürlich gut. Richtig gut ist das. Dresden scheint jetzt runter zu rutschen, Boven scheint zu gewinnen. Ich weiß nicht, was da los ist, aber wir werden es ja sehen. Wir müssen ein bisschen mehr auf uns gucken, eigentlich. Schauen wir mal, wie gehen wir ran? Und zwar lassen wir jetzt mal eine Staffel zu warmlaufen und einen Gegenkrebs nochmal, um den, ja, etwas schlechelnden heute Edgar Pritt rauszunehmen. Sobald er fit ist, würde ich sagen, machen wir das auch. Ich gehe jetzt her und gehe mal um die Aufstellung. Staffel rein. Haas geht nach rechts. Cristella kann raus. Das wird nichts mehr mit dem Staffel dafür rein. Er freut sich ja auf Zürich. Das wissen wir aber alle schon. Das ist nichts Neues. Terrazino in alleine im Sturm jetzt. Jetzt gucken wir da gerade mal. Und zwar nehmen wir jetzt noch den guten... Wo haben wir denn? Den Krebs. Den können wir gleich bringen. Über das Milieu hier. Alles klar. Ein zweiter Sechser an der Stelle. Guck jetzt extra nicht auf die Tabelle. Mach das im Nachbericht. Lass mich ein bisschen überraschen. Es sind noch zwölf Minuten hier zu spielen. Wir müssen jetzt auf uns gucken. Deswegen rufe ich jetzt rein. Konzentration. Und jetzt bringe ich den Krebs noch für Trip. Da ist er auch schon. Priosec noch warm laufen. Kann er auch nochmal eine Minute spielen. 82, 84. So. Jetzt verletzt sich noch jemand. Das nutzen wir noch gleich. Und wächst noch Jaschwilli aus. Der eine Vier hat heute. Gut haben wir ihn nicht abgeschlossen hier. mehr oder minder mit einem Zufallstor. Wenn wir das jetzt so über die Zeit schaukeln, wäre das okay. Aber schön ist anders. Nachspielzeit. Und... Schlusspfiff. Wir haben gewonnen. Das ist dann schon das sechste Spiel, glaube ich, in Folge ungeschlagen. Und das fünfte gewonnen. Wir sehen uns gleich wieder, meine Lieben. Im Nachbericht. Ich bin gespannt, wie die anderen Mannschaften gespielt haben. Ihr seid auch gespannt. Bis gleich. Da sind wir auch schon. Der beste Spieler war auf Aachener Seite Boy Waterman. Der Torwart. Der heißt Boy Waterman. Das ist ja unglaublich. Wo kommt der denn her? Aus Holland. Boy Waterman. Unglaublich. Cool. Bei uns war es Milchraum. Überrascht mich. Ein wenig. Ergebnisse. Da. Ist es gelaufen, oder? Oh ne. Noch nicht mal. Da ist noch was drin. Da ist sogar noch was drin. Ich werde verrückt. 1860 verliert. Dresden spielt unentschieden. Bochum gewinnt. Wir... Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, liebe Leute. Die Entscheidung am letzten Spieltag. Die Entscheidung am letzten Spieltag. Und wir kriegen natürlich einen Gegner vor die Stirn gepfeffert, dass sie es gewaschen hat. Also das wäre natürlich jetzt die mega Überraschung. Gegen Frankfurt zu gewinnen. Und dann müssten natürlich Bochum, München, Dresden. Bochum muss verlieren. Weil München und Dresden reichen unentschieden. Bochum verliert. Bochum gegen folgenden Gegner. Aue. Scheiße. Ja, äh. Das ist natürlich jetzt richtig bitter, ne? Das ist natürlich jetzt richtig bitter. Da brauche ich erstmal einen Schluck Tee. Statt Kaffee. Meine Güte, hätten wir gegen Aue gewonnen in der Rückrunde, ne? Dann wäre das so klar hier. Dann hätten wir drei Punkte mehr, 59. Dann wären wir ein ganzes Stückchen weiter. Aber gut, äh. So ist Fußball. Meine Lieben, so ist Fußball. Man kann es kein Wunschkonzert. Man kann es nicht aussuchen. 1860 spielt gegen Aachen. Wie haben die denn? Haben die unentschieden? Ne, die haben verloren, ne? Gerade noch so. Die haben wir geführt gehabt die ganze Zeit über. Krass. Und Dresden? Unentschieden gespielt gegen Pauli. Heidewitzka, meine Lieben. Ja, wir haben eine gute, äh, Statistik momentan. Guck mal, was wir alles gewonnen haben. Wir haben gegen Berlin gewonnen. Wir haben gegen Bofum gewonnen. Gegen Dresden leider unentschieden. Gegen Ingolstadt haben wir gewonnen. Gegen Paderborn haben wir gewonnen. Gegen Aachen haben wir gewonnen. Also, ja, da kommt alles ein bisschen zu spät, ne? Kommt leider alles ein bisschen zu spät, wenn wir uns Begegnungen nur mal reinziehen. Äh, hier ging es los. Wo ging es denn los? Hier. Okay, das war der letzte. 1860. Gegen Frankfurt kommt man verlieren. Das ist okay. 4 zu 1 haben wir da verloren. Gegen Duisburg, da hätte mehr drin sein können. Da hätte mehr drin sein können. Gegen 68 nur ein unentschieden. Dann haben wir hier ein Freundschaftsspiel gemacht. Das war auch alles nix. Dann haben wir gegen Aue verloren. 3 zu 1. Braunschweig haben wir unentschieden gespielt. Das war dann halbwegs in Ordnung. Cottbus leider auch verloren. Das war okay. Und dann haben wir noch ein kleines Freundschaftsspiel gehabt. Haben uns mal richtig eingeschossen. Und dann ging es aufwärts. 2 zu 1 gewonnen gegen Frankfurt. Gegen Düsseldorf gewonnen. Gegen Pauli unentschieden. Das war okay. Gegen Rostock. Die Niederlage gegen Rostock war auch unnötig. Das wurde zu viel. Das war auch unnötig. Vor allem, weil es auch zu Hause war. Gegen Fürth dann leider auch eine Niederlage. Das war alles so hier. Der ganze Winter war irgendwie mehr oder weniger total versaut. Und das hat uns dann letztendlich, ja, wie soll ich mal sagen, die Entscheidung gekostet. Aber gut. So ist es eben. Wir können es ja nicht ändern. Gehen wir weiter. Was haben wir denn noch hier zu erledigen? Wichtige Sachen. Die Woche müssen wir das mal rumgehen lassen. Hier sind schon die ersten Vertragsverhandlungen abgeschlossen. Ablösegeschichten werden hier durchgegeben. Oh, wir kriegen Lamedi-Verkauf. Das ist natürlich klasse. Klasse. Der Vertrag wäre sowieso ausgelaufen. Ja, dann weg mit ihm. Ja, äh, Vertrag Unterzeichnung für 215.000. Klar. Spitze. Oh. Der Leihvertrag von Mark Hornschuh läuft bald aus. Es gibt keine Kaufoption für die Spieler. Kaufangebot abgegeben. Kein Angebot. Oh, 1,5 Millionen. Aber, äh, das wäre natürlich ein Spieler, ne? Mit, äh, Potenzial. Also, sowas von. Ah, Durchschnittsform 10. Meinung ihres Assistenten. Kevin Schröder sagt, Mark Hornschuh ist einer der Topspieler der Saison. Seine Leistungen waren über den Durchschnitt der Mannschaft. Daher müssen wir diesen Spieler verpflichten. Da gibt es keinen Zweifel. Das stimmt. Erinnert uns 21 Jahre, Junge. Wisst ihr, wo der hinpeitscht? Der peitscht locker auf. Locker auf. 70. Über 70. Das macht er ohne Probleme. Und der Spieler würde auch gerne bleiben bei uns. Weil, denk mal, in Dortmund hätte er es schwieriger, sich durchzusetzen. Bei uns hat er Stammplatzgarantie. Sollen wir 1,5 Millionen Euro investieren in einen einzelnen Spieler? Also, für das Geld kriegen wir 3 oder 4 bei unseren bisherigen Transfergeschichten. Aber, ich bin der Meinung, wir machen das. Liebe Leute, wir machen das. Wir, äh, Rekordtransfer für den KSC seit mehr als, ich weiß, 20 Jahren. Keine Ahnung. Das machen wir. Hornschuh. Mark Hornschuh. Ähm, Stammplatzgarantie bekommt er bei uns. Zusätzlich bekommt er dann noch, äh, ordentlich Kohle. Und regelmäßige Einsätze, da wird er, äh, schnell nach oben rutschen. Und mit 21 schon fast eine 70, äh, Marktwert 1,5 Millionen. Und wenn wir 1,1 Millionen bieten? Kaufangebot wurde zurückgewiesen. Schade. So, das war's. Leider. Schade. Schade, schade. Naja. Gehört dazu, meine Lieben. Das ist natürlich ein Spieler, den man wirklich schwer halten kann. 1 Million, 1,5 Millionen wird einer sagen, ja, Mensch, die 500.000 hätte er auch noch geben können. Klar, hätte man. Hätte, wäre, wenn nicht, ne. Ist aber immer so, deswegen, aber er ist, das wäre auch ein Spieler, der auch ein bisschen das Budget sprengen würde. Momentan haben wir ein Transferbudget von 1,1. Das würde jetzt darauf rechnen, das wäre dann wieder ein Minus. Und wir haben schon, äh, 2 Millionen Schulden. Woher nehmen, wenn nicht stehlen? Okay. Lamidi wird verkauft, das ist ja schön, an Neuschertal-Schamas, wie es aussieht. Volker Düsseldorf hat Moses Lamidi ein Angebot unterbreitet. Möchten Sie Verhandlungen über einen anderen Vertrag aufnehmen? Nein. Lamidi verziert ja auf eine Option. Er hätte seinen Vertrag verlängern können, der Klappstuhl. Gott sei Dank hat er es nicht gemacht. Auslaufende Verträge, auslaufende Verträge haben auch noch ein paar, klar. 21 Spiele läuft der Vertrag aus, abgefahren. Ja, hauptsache die zweite Mannschaft, ne. Status beim Sponsor ist auch gestiegen, durch, ja, schade, dass wir den nicht kriegen. Können wir da nicht hier nochmal Aktionen? Ne, können wir nicht. Können wir nochmal ausleihen? Können wir nochmal ausleihen? Vielleicht können wir uns ein Jahr darauf einfach leisten. Wenn nochmal, oh Gott. Unsere Moral ist überdurchschnittlich gut. Unsere Form sieht auch richtig gut aus. Oh, ja, ja, ja. Ein Hornschuh würde ja ganz gerne bleiben. Aktionen, schade, aber... Hm. Wir könnten ihn ja aber, äh, Spieler-Info, wir könnten ihn ja aber, wenn wir nicht ins Blickfeld nehmen. Spielerentwicklung, wenn wir uns mal angucken von ihm. Ja, steigend. Super. Stärkste Verbesserung, plus 8 Kopfball diese Saison, 140 Fähigkeitspunkte verbessert. Abgefahren. Der kam mit in der 62 und geht mit der 69, also das ist es natürlich auch, ne? Ah, den würde ich ganz gerne haben, den Hornschuh. Den guten Hornschuh. Ja gut, vielleicht haben wir die Chance, ihn nochmal auszuleihen. Wir versuchen alles. Wir versuchen alles. Ähm, Vertrag geht er noch ein Jahr bei Dortmund. Mit der Terminien sogar. Ablösefrei. Will einen nochmal aus. Tackling, Mann, Deckung, Kopfball. Auf 80 schon. Abgefahren, oder? Technik müssen wir hier nochmal trainieren. Den hätten die doch alle so gerne, ne? Auch hier bei den geistigen Fähigkeiten richtig gut, ne? Stellungsspiel 77, hier hat er auch Konzentration recht hoch, Entschlossenheit, Entscheidung nicht zu ganz. Und Teamwork ist auch so ein bisschen mager bei ihm. Aber das kann man ja nur trainieren, indem man zusammen spielt. Ach, anders funktioniert das nicht. Okay, meine Lieben, da ist natürlich jetzt die Zeit gekommen. Langsam, wir peitschen Richtung Ende. Die große Entscheidung, das große Spiel. Da würde ich dann wahrscheinlich nur mit einer Spitze spielen. Und nehmen wir den Staffel wieder rein. Als defensiven. Als defensiven. Oh, ne, der Prip eigentlich nicht. Der Prip kann. Wieder kann. Staffel weg. Staffel weg. Der Krebs rein. Na, aber sowas von. So. Terrazino in die Mitte. Ja, das ist natürlich jetzt unsere Aufstellung. Für das Spiel der Spiele. Beste Mannschaft, die wir haben. 737 Stärke gegen eine Mannschaft. Aber das hat eine 20-jährige Stärke. Wo sehe ich denn das direkt? Wo sehe ich denn das? 782. Ja, die sind ja schon Bundesliga. Ja, ist klar. Ist halt Frankfurt, ne? Dass die abgestiegen sind sowieso. Ist sowieso ein Mega-GAU gewesen hier. Ja, das ist ja schon Bundesliga. Ja, die sind alle über 70 hier. Also da ist jede Position besser besetzt. Na ja, gut. Äh. Unentschieden. Die haben aber nix verloren in den letzten Spielen, ne? Gegen Erz-Rivalen haben die auch gewonnen hier gegen 1860. Ja gut, Erz-Rivalen jetzt nicht, aber direkter. Ach, ist das ärgerlich. Ist das ärgerlich. Wie sieht es im Kalender aus? Das passt alles, ne? Haben wir alles noch am Laufen. Tippitoppi. Jetzt gehen wir mal rein in die Taktik. Wir spielen Abseitsfalle und Konterspiel. Scheiße. Ja. Vielen Dank.